Das wird sich zeigen. Ich muss gestehen, dass ich lieber das Sandwich-Spiel zwischen Lasca und Bayern spielen als ein normales Wohlenspiel. Das muss man gestehen. Natürlich ist die Situation ein bisschen speziell. Natürlich haben sie viele Corona-Fälle gehabt. Das heisst, gegen uns wird ein Ulmer, ein Kamara und so. Die werden alle zurückkommen, die werden spielen müssen, um ein bisschen Spielpraxis vor Bayern zu haben. Im normalen Fall hätte er vielleicht anders gemacht. Aber von dem her für uns nochmal, wir schauen nicht zu viel, was der RB macht. Weil wir haben momentan mehr Sorge an denen und von dem her es gibt, unsere Leistung zu bringen am Samstagabend.